Hallöchen und herzlich Willkommen zum Sticker Cup Spiel. Spielabschnitt Nummer 2 Gruppe B haben wir russland gegen england russland england portugal mexico ja leute portugal mexico und ja wie immer nutzen wir dafür sehr bekannterweise vier sticker tüten 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 ja und ihr wisst ich muss immer eine minute kommt damit ich dann anfangen kann und ja russland gegen england ist spannend portugal mexico auch ganz spannend und ich würde sagen wir legen jetzt auch mal gleich mal lobo haben wir theodor schick haben wir akashi haben wir nimmer barrios sorry wegen den licht aber konnte ich leider nicht anmachen aber gut wenig ist aldo corso und omeru nigeria nix übersehen das ist gut zweites dicker tüten haben wir oberes teil russi die moskau haben wir gilt für sie kurz zu dann haben wir hier von der schweiz art mir die haben wir pionier siehst du und tor für england durch gary 0 zu 1 carry kail russland england 0 zu england portugal mexico 0 zu 0 ich würde sagen zweite halbzeit weiter weiter geht's weiter geht's da haben wir dann haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben die moskau stadium und wir haben die glitzer sticker fifa my game my game my game is fair play richtig cooler sticker my game is fair play letztes tütchen haben wir haben wir haben wir haben eine rober haben wir andré cario von peru dann haben wir brasilien mannschaftsfoto und dann haben wir umana michael umana somit enden die partien russland england 0 zu 1 gewinnt england und portugal mexiko bleibt 0 zu 0 leute ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen würde mich doch freut mich jetzt nicht mal wieder dabei sein und ja ich sage nur tschüssi 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 und lasst ein like da und lasst ein abo da